Mit dem neuen BMW 2er Grand Tourer eröffnet BMW einmal mehr ein neues Fahrzeugsegment. Mit seinem großzügigen Raumangebot, seiner Vielseitigkeit und seiner wegweisenden Flexibilität ist der BMW 2er Grand Tourer weltweit das erste Fahrzeug in der Premium-Kompaktklasse mit bis zu sieben Sitzplätzen, das die Mobilitätsansprüche junger Familien perfekt erfüllt. Bei kompakten Abmessungen von nur 4556 mm Länge, 1800 mm Breite und einer Höhe von 1608 mm bietet der neue BMW 2er Grand Tourer Platz und einen großzügigen Kofferraum, der sich von 645 auf 805 Liter erweitern lässt. Fünf neu entwickelte Turbomotoren mit drei- und vierzylindern garantieren zusammen mit dem einzigartigen BMW Efficient Dynamics Maßnahmenpaket ein einmaliges Fahrerlebnis, das sportliche Dynamik mit der höchsten Effizienz und der niedrigsten CO2-Emissionen im Segment vereint. Ebenfalls zum Marktstart wird die neue App MyKidio im BMW 2er Grand Tourer integriert sein. Das Modell Advantage bietet eine funktionale Anreicherung des Serienfahrzeugs und beinhaltet unter anderem die Ausstattungen, zwei Zonen Klimaautomatik, Park Distance Control hinten, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion und ein Multifunktionslenkrad.